Kapitel 19 Abschied Charlie war noch auf und wartete auf mich. Sämtliche Lichter im Haus waren an. Ich suchte krampfhaft nach einer Idee, wie ich ihn dazu bringen könnte, mich gehen zu lassen. Doch mir fiel nichts ein. Es würde nicht angenehm werden, so viel stand fest. In sicherem Abstand zu meinem Transporter brachte Edward den Jeep behutsam zum Stehen. Er und die beiden anderen waren in akuter Alarmbereitschaft. Kerzengerade saßen sie da und lauschten auf jedes Geräusch des Waldes, durchbohrten jeden Schatten mit ihren Blicken, fingen jeden Geruch auf. Ihre Sinne waren darauf geeicht, alles zu registrieren, was nicht so war, wie es sein sollte. Auch als der Motor schon schwieg, blieben sie noch reglos sitzen. Dann gab Edward das Signal. Er ist nicht da, sagte er angespannt. Wir gehen. Emmett half mir aus den Gurten. Mach dir keine Sorgen, Bella, sprach er mir leise Mut zu. Wir regeln das hier, ganz fix. Ich sah ihn an und spürte die Tränen in mir aufsteigen. Obwohl ich ihn kaum kannte, war es schmerzhaft, nicht zu wissen, wann ich ihn nach dem heutigen Abend wiedersehen würde. Und ich wusste, das war nur der Vorgeschmack auf eine Reihe von Abschieden, die mir in der nächsten Stunde bevorstanden. Der Gedanke daran ließ meine Tränen hervorschießen. Alice, Emmett. Edwards Stimme gab das Kommando und die beiden glitten geräuschlos in die Dunkelheit, die sie sofort umschloss. Edward öffnete die Tür für mich, nahm mich bei der Hand und legte schützend seine Arme um mich. So liefen wir eilig zum Haus. Sein Blick wanderte ununterbrochen durch die Nacht. 15 Minuten, erinnerte er mich leise. Ich schaff das, sagte ich schniefend. Meine Tränen hatten mich auf eine Idee gebracht. Auf der Veranda blieb ich stehen, nahm sein Gesicht in meine Hände und schaute ihm beschwörend in die Augen. Ich liebe dich, sagte ich leise und leidenschaftlich. Ich werde dich immer lieben, egal was jetzt passiert. Dir wird nichts passieren, Bella, erwiderte er vehement. Mach es einfach so, wie wir gesagt haben, okay? Pass für mich auf Charlie auf. Er wird mich gleich nicht mehr besonders mögen. Und ich will ihn später um Verzeihung bitten können. Geh jetzt rein, Bella, wir haben keine Zeit, drängte er. Nur noch eins, flüsterte ich. Glaub mir, ab jetzt kein Wort mehr. Zumindest nicht heute Abend. Er beugte sich vor und ich musste mich nur auf die Zehenspitzen stellen, um seine kalten Lippen mit aller Kraft zu küssen. Dann wandte ich mich von seinem verdatterten Gesicht ab und riss die Tür auf. Du sollst verschwinden, Edward, brüllte ich ihn an und knallte ihm die Tür vor der Nase zu. Bella? Charlie hatte im Wohnzimmer gewartet und kam mir bereits entgegen. Lass mich in Ruhe, schrie ich ihn mit tränenüberströmten Gesicht an. Ich rannte hoch in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Dann warf ich mich vor meinem Bett zu Boden, zerrte meine Reisetasche hervor und griff unter die Matratze, wo ich die verknotete alte Socke mit meinen geheimen Geldreserven versteckt hatte. Charlie hämmerte gegen die Tür. Bella, ist alles in Ordnung mit dir? Was ist denn los? rief er angsterfüllt. Ich fahr nach Hause, schrie ich, wobei meine Stimme genau im richtigen Moment wegbrach. Hat er dir etwas getan? Ich hörte, wie sich Wut in die Panik mischte. Nein, kreischte ich einige Oktaven höher. Ich wandte mich zum Kleiderschrank um, doch Edward war schon da, riss die Schubfächer auf und warf mir stumm alles zu, was er zu fassen bekam. Hat er mit dir Schluss gemacht? fragte Charlie hilflos. Nein! schrie ich atemlos und stopfte die Sachen in die Tasche. Edward leerte ein weiteres Schubfach. Dann war sie voll. Bella, was ist passiert? schrie Charlie und hämmerte wieder gegen die Tür. Ich hab Schluss gemacht! brüllte ich zurück und zerrte am Reißverschluss der Tasche. Edwards geschickte Hände schoben meine beiseite und zogen ihn ohne Schwierigkeiten zu. Dann legte er mir den Trageriemen über die Schulter. Ich bin im Transporter. Geh jetzt! flüsterte er und schob mich zur Tür. Er verschwand aus dem Fenster. Ich schloss die Tür auf, drängelte mich ruppig an Charlie vorbei und rannte schwer beladen die Treppe runter. Er kam hinter mir her. Was ist los? brüllte er. Ich dachte, du magst ihn! In der Küche bekam er mich am Ellbogen zu fassen. Er war zwar immer noch fassungslos, doch sein Griff war fest. Er drehte mich zu sich um und ich sah, dass er nicht die Absicht hatte, mich gehen zu lassen. Mir fiel nur eine Möglichkeit ein, ihn dazu zu bringen, aber dabei musste ich ihn so sehr verletzen, dass ich mich dafür hasste, sie auch nur in Erwägung zu ziehen. Doch mir blieb keine Zeit und ich musste dafür sorgen, dass er in Sicherheit war. Ich funkelte ihn an. Das, was ich ihm gleich an den Kopf werfen würde, trieb mir neue Tränen in die Augen. Ich mag ihn auch, das ist ja das Problem. Aber ich kann so nicht weitermachen. Ich will mich nicht an dieses öde Nest ketten. Am Ende sitze ich hier fest, genau wie Mom damals. Auf keinen Fall werde ich denselben dummen Fehler machen wie Sie. Ich hasse es hier, ich halte es keine Minute länger aus. Seine Hände fielen herunter, als hätte ich ihm einen Stromschlag versetzt. Schockiert und tief getroffen stand er da. Ich drehte mich um und ging zur Tür. Böller, du kannst jetzt nicht weg, flüsterte er. Es ist mitten in der Nacht. Ich drehte mich nicht um. Ich kann auch im Transporter schlafen, wenn ich müde bin. Warte wenigstens noch eine Woche, bat er. Dann ist René wieder zu Hause. Das warf mich völlig aus der Bahn. Wie bitte? Erleichtert sah er, dass ich innehielt und redete gehetzt weiter. Sie hat angerufen, während du weg warst. Es läuft nicht so gut in Florida. Und wenn Phil bis Ende nächster Woche keinen Vertrag hat, geht sie zurück nach Arizona. Anscheinend hat der Assistenztrainer der Sidewinders in Aussicht gestellt, dass sie noch einen Shortstop gebrauchen könnten. Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mich wieder zu fangen. Mit jeder Sekunde, die verging, erhöhte sich die Gefahr für Charlie. Ich hab einen Schlüssel, murmelte ich und hatte die Tür schon geöffnet. Doch er stand direkt hinter mir und streckte seine Hand nach mir aus. Er war völlig verstört, doch ich konnte nicht länger mit ihm diskutieren. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn noch mehr zu verletzen. Lass mich gehen, Charlie! Meine Worte waren die gleichen, die meine Mutter zu ihm gesagt hatte, als sie vor all den Jahren durch dieselbe Tür gegangen war, um ihn für immer zu verlassen. Ich sagte es so zornig, wie ich konnte, und riss die Tür auf. Es hat nicht funktioniert, okay? Ich hasse Fox, ich hasse es, wie die Pest! Meine brutalen Worte erfüllten ihren Zweck. Wie angewurzelt stand Charlie auf der Schwelle, während ich panisch vor Angst durch den leeren, nächtlichen Vorgarten rannte, gehetzt von dem dunklen Schatten, der in meiner Einbildung nach mir griff. Ich warf meine Tasche auf die Ladefläche des Transporters und riss die Tür auf. Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Ich rufe dich morgen an, brüllte ich und wünschte mir nichts mehr, als ihm alles auf der Stelle erklären zu können. Doch ich würde es ihm nie erklären können. Ich ließ den Motor aufheulen und fuhr davon. Edward griff nach meiner Hand. Halt an, sagte er, als Charlie und das Haus hinter uns verschwunden waren. Ich kann fahren, sagte ich mit tränenersteckter Stimme. Da umfassten seine langen Hände meine Hüften und sein Fuß schob meinen vom Gaspedal. Er zog mich über seinen Schoß, entwand meinen Fingern das Lenkrad und saß plötzlich selber auf dem Fahrersitz. Der Transporter hatte nicht einmal geschlingert. Du würdest das Haus nicht finden, erklärte er. Jäh leuchteten hinter uns Scheinwerfer auf. Zu Tode erschrocken starrte ich durch die Heckscheibe. Das ist nur Alice, beruhigte er mich und ergriff wieder meine Hand. Ich dachte an Charlie, wie er dort verlassen auf der Schwelle stand. Was ist mit dem Tracker? Er hat den letzten Teil deines Auftritts mitbekommen, sagte Edward bekümmert. Ich erschrak. Charlie! Keine Sorge, er ist uns gefolgt. Er rennt hinter uns her. Ich erstarrte. Können wir ihn abhängen? Nein. Trotzdem gab er mehr Gas. Der Motor heulte protestierend auf. Mit einem Mal kam mir mein Plan nicht mehr so brillant vor. Ich starrte gerade auf die Scheinwerfer des Jeeps hinter uns, als der Transporter durchgeschüttelt wurde und eine dunkle Gestalt sich aufs Dach schwang. Mein markerschütternder Schrei wehrte nur den Bruchteil einer Sekunde, dann hatte Edwards Hand meinen Mund verschlossen. Er nahm die Hand weg und legte seinen Arm um meine Hüfte. Hab keine Angst, Bella, sagte er. Dir passiert nichts. Wir rasten durch das nächtliche Forks zum Highway in Richtung Norden. Ich wusste gar nicht, dass dich das Kleinstadtleben immer noch so langweilt, plauderte er drauf los. Ich wusste, er wollte mich ablenken. Ich hatte eher den Eindruck, dass du dich ganz gut eingelebt hast, besonders in letzter Zeit. Aber vielleicht ist es ja nur, meiner Eitelkeit zuzuschreiben, dass ich dachte, ich hätte dein Leben interessanter gemacht. Ich ging nicht darauf ein. Das war so gemein von mir, sagte ich beschämt und ließ den Kopf hängen. Dasselbe hat Mom gesagt, als sie ihn verliefs. Das war ein Schlag unter die Gürtellinie. Mach dir keine Sorgen, er wird dir verzeihen. Er lächelte leicht, doch sein Blick blieb davon unberührt. Ich starrte ihn an und er sah die nackte Panik in meinen Augen. Alles wird gut, Bella. Nichts ist gut, wenn ich nicht bei dir bin, flüsterte ich. In ein paar Tagen sind wir wieder zusammen, sagte er und zog mich näher zu sich heran. Vergiss nicht, es war deine Idee. Wessen's sonst? Es war schließlich die beste Idee. Sein Lächeln war trostlos und wehrte nur einen Moment. Ich verstehe nicht, warum das passiert ist, sagte ich mit stockender Stimme. Warum ich? Er starrte düster auf die Straße, die vor uns lag. Es ist meine Schuld. Es war unfassbar dumm, dich so offen, dich so der Gefahr auszusetzen. Der Zorn in seiner Stimme galt ihm selbst. Das meine ich nicht, hackte ich nach. Ich war da, na und? Den anderen beiden war das ziemlich egal. Warum hat dieser James beschlossen, ausgerechnet mich zu töten? Hier sind überall Menschen, warum ich? Edward dachte nach. Ich hab heute Abend einen ziemlich guten Einblick in seine Denkweise bekommen, sagte er dann leise. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas hätte tun können, um es zu verhindern, nachdem er einmal auf dich aufmerksam geworden war. Es ist tatsächlich teilweise deine Schuld. Wenn du nicht so schrecklich gut riechen würdest, hätte er vielleicht nicht solche Lust auf die Sache bekommen. Und dass ich dich dann verteidigt habe, hat alles noch verstärkt. Der Anreiz kann noch so klein sein. Er ist es einfach nicht gewohnt, dass ihm jemand in die Quere kommt. Er sieht sich als Jäger und sonst nichts. Seine Existenz besteht darin, Spuren zu verfolgen und seine Beute in die Enge zu treiben. Alles, was er vom Leben verlangt, ist eine Herausforderung. Und wir haben ihm eine wundervolle Herausforderung geliefert. Ein großer Clan starker Kämpfer, der alles dransetzt, sein einziges verwundbares Element zu schützen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie euphorisch er jetzt ist. Er ist eine Spielernatur. Und dieses Spiel verspricht aufregender zu werden als alle früheren. Seine Stimme war voller Abscheu. Er hielt einen Moment lang inne. Andererseits, wenn ich nicht reagiert hätte, wärst du jetzt tot. Es gab keinen Ausweg. Aber ich dachte, mein Geruch wirkt auf andere nicht so wie auf dich, sagte ich. Das stimmt. Trotzdem bist du eine große Versuchung für jeden von ihnen. Wenn du auf den Tracker oder einen von den anderen tatsächlich genauso gewirkt hättest wie auf mich, dann hätte es sofort einen Kampf gegeben. Es lief mir kalt den Rücken hinunter. Mir bleibt jetzt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als ihn zu töten, murmelte er. Carlyle wird nicht glücklich darüber sein. Es war zu dunkel, um den Fluss zu erkennen, doch ich hörte am Geräusch der Reifen, dass wir über die Brücke fuhren. Wir waren bald da. Wenn überhaupt, musste ich jetzt fragen. Wie tötet man einen Vampir? Er schaute mich mit einem undefinierbaren Ausdruck an. Die einzig sichere Methode ist es, ihn zu zerfetzen und die Körperteile zu verbrennen, sagte er brüsk. Und die anderen zwei werden gemeinsam mit ihm kämpfen? Die Frau, ja. Bei Laurent bin ich mir nicht sicher. Es gibt keine starke Bindung zwischen ihnen. Er ist aus rein pragmatischen Gründen mit den beiden unterwegs. James' Auftritt heute Abend war ihm peinlich. Aber James und die Frau wollen dich umbringen, fragte ich mit trockener Kehle. Wehe, du machst dir Sorgen um mich, Bella. Ich will, dass du ausschließlich an deine Sicherheit denkst. Und ich flehe dich an, sei bitte, bitte nicht leichtsinnig. Folgt er uns immer noch? Ja. Aber er wird das Haus nicht angreifen. Jedenfalls nicht heute. Er bog auf den unsichtbaren Weg ein. Alice folgte uns. Wir fuhren bis direkt vor das Haus. Es war hell erleuchtet, doch ringsherum breiteten sich dunkel die Wälder aus. Wir rollten noch, da öffnete Emmett schon die Tür, riss mich wie einen Football an seine Brust und rannte mit mir hinein. Edward und Alice waren Momente später an unserer Seite. Als wir in den großen weißen Raum stürzten, waren alle anderen schon versammelt. Emmett stellte mich neben Edward ab. Ich hörte ein leises Knurren tief in seiner Kehle und wusste, wem es galt. Laurent, der inmitten der anderen stand. Er verfolgt uns, verkündete Edward und blickte ihn feindselig an. Laurent sah betrübt aus. Ich habe es kommen sehen. Alice tanzte zu Jasper und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Stumm bebten ihre Lippen. Dann verschwanden sie gemeinsam nach oben. Rosalie schaute ihnen nach und gesellte sich rasch zu Emmett. Der Blick ihrer schönen Augen war eindringlich und, sobald er versehentlich meinem begegnete, wütend. Was wird er jetzt tun? Fragte Carlyle eisig. Es tut mir leid, erwiderte Laurent. Als dein Junge sie verteidigte, befürchtete ich schon, dass es James anstacheln würde. Kannst du ihn stoppen? Laurent schüttelte den Kopf. Nichts kann James stoppen, wenn er einmal die Spur aufgenommen hat. Wir werden ihn stoppen, versicherte Emmett. Es war vollkommen klar, was er damit meinte. Ihr könnt ihn nicht zur Strecke bringen. So etwas wie ihn habe ich in meinen 300 Jahren noch nicht gesehen. Er ist absolut tödlich. Deshalb habe ich mich ihm angeschlossen. Natürlich, dachte ich. So rum war es in Wirklichkeit. Laurent hatte sich ihm angeschlossen. Ihr demonstrativer Auftritt auf der Lichtung war nichts mehr als das gewesen. Ein Auftritt. Laurent schüttelte den Kopf und warf einen ungläubigen Blick auf mich. Dann wandte er sich wieder an Carlyle. Seid ihr euch sicher, dass sie das wert ist? Wütend brüllte Edward auf. Laurent zuckte zurück. Carlyle musterte ihn ernst. Ich fürchte, du musst eine Entscheidung treffen. Laurent verstand und zögerte. Er schaute jedem der Cullens ins Gesicht. Dann ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen. Mich fasziniert das Leben, das ihr euch hier geschaffen habt. Aber ich halte mich aus der Sache heraus. Ich betrachte niemanden von euch als meinen Feind. Doch ich werde mich nicht gegen James wenden. Vermutlich mache ich mich auf den Weg nach Norden, zu dem Clan in Denali. Er hielt inne. Unterschätzt James nicht. Er hat einen brillanten Verstand und einmalig scharfe Sinne. Er kann sich genauso sicher unter Menschen bewegen wie ihr, und er wird euch nicht offen angreifen. Ich bedauere sehr, dass es dazu gekommen ist. Er senkte seinen Kopf, doch ich sah noch, wie er mir einen weiteren verwunderten Blick zuwarf. Geh in Frieden, sagte Carlyle förmlich. Laurent schaute sich noch einmal um. Dann lief er eilig hinaus. Die Stille hielt weniger als eine Sekunde an. Wie nah? Carlyle schaute Edward an. Esmi war schon zur Wand gegangen und berührte ein unauffällig wirkendes Tastenfeld. Entgeistert sah ich zu, wie sich riesige Metallläden ächzend vor die Glaswand schoben. Ungefähr drei Meilen hinter dem Fluss. Er pirscht dort umher, um sich mit der Frau zu treffen. Was habt ihr vor? Wir lenken ihn von ihrer Spur ab. Dann bringen Jasper und Alice sie in den Süden. Und dann? Sobald Bella außer Reichweite ist, sagte Edward kategorisch, jagen wir ihn. Es gibt wohl keine andere Möglichkeit, stimmte Carlyle betrübt zu. Edward wandte sich an Rosalie. Nimm sie mit hoch und tausch deine Kleidung mit ihr, kommandierte er. Rosalie starrte ihn fassungslos an. Warum sollte ich das tun? zischte sie. Was bedeutet sie mir? Abgesehen von Gefahr. Eine Gefahr, der du uns alle aussetzt. Es klang so hasserfüllt, dass ich zurückzuckte. Rose, sagte Emmett besänftigend und griff nach ihrer Schulter. Doch sie schüttelte seine Hand ab. Besorgt schaute ich Edward an. Ich kannte sein Temperament und rechnete mit einem Wutausbruch. Doch zu meiner Überraschung wandte er sich von Rosalie ab, als wäre nichts gewesen, als existierte sie gar nicht. Esme, fragte er mit ruhiger Stimme. Na klar, murmelte Esme. Und bevor ich erschrocken nach Luft schnappen konnte, hatte sie mich wie eine Puppe in ihre Arme genommen und schoss mit mir die Treppe hoch. Was machen wir, fragte ich atemlos, als sie mich irgendwo in einem dunklen Zimmer im ersten Stock abgesetzt hatte. Die Gerüche durcheinander bringen. Es wird nicht lange anhalten, aber vielleicht verschafft es dir einen kleinen Vorsprung. Ich hörte ihre Sachen zu Boden fallen. Glaubt nicht, dass sie mir passen werden, sagte ich zögernd, doch ihre Hände zogen mir schon mein Hemd über den Kopf. Schnell zog ich meine Jeans aus. Sie reichte mir irgendwas, es fühlte sich an wie eine Bluse. Hastig suchte ich nach den richtigen Löchern. Als ich soweit war, drückte sie mir ihre Hose in die Hand. Ich zog sie an, doch sie war zu lang. Geschickt krempelte sie die Hosenbeine ein paar Mal um, sodass ich darin gehen konnte. Irgendwie hatte sie es schon geschafft, meine Sachen anzuziehen. Sie zog mich hinter sich her zur Treppe, wo Alice mit einer kleinen Ledertasche in der Hand wartete und meinen anderen Ellbogen ergriff. In ihrer Mitte flog ich hinab ins Erdgeschoss. Dort schien in unserer Abwesenheit alles Nötige vorbereitet worden zu sein. Edward und Emmett, der einen großen Rucksack auf den Schultern hatte, waren aufbruchbereit. Carlyle reichte Esmi einen kleinen Gegenstand. Dann drehte er sich um und gab Alice dasselbe. Es waren winzige, silberfarbene Handys. Esmi und Rosalie nehmen deinen Transporter, sagte er im Vorbeigehen. Ich nickte und warf Rosalie einen vorsichtigen Blick zu. Sie schaute wütend zu Carlyle. Alice, Jasper, ihr nehmt den Mercedes. Die getönten Scheiben werdet ihr dort unten brauchen. Sie nickten ebenfalls. Wir nehmen den Jeep. Ich war überrascht, dass Carlyle sich Edward und Emmett anschloss. Dann begriff ich. Die drei waren James-Jäger. Alice, fragte Carlyle, werden sie anbeißen? Alle Blicke waren auf Alice gerichtet, die ihre Augen schloss und wie zu Stein erstarrte. Dann schlug sie die Augen auf und sagte, er wird dem Jeep folgen, die Frau dem Transporter. Danach müssten wir freie Bahn haben. Ihre Stimme war fest. Dann los. Carlyle ging zur Küche. Sofort war Edward bei mir und nahm mich so fest in seine Arme, dass meine Füße vom Boden abhoben. Er schien seine Familie nicht wahrzunehmen, nur mein Gesicht. Einen Moment lang waren seine kalten, harten Lippen an meine gepresst. Dann war es vorüber. Er setzte mich ab, hielt aber noch immer mein Gesicht in seinen Händen. Unsere Blicke verschmolzen. Dann wich aller Ausdruck aus seinen herrlichen Augen. Er drehte sich um. Und sie waren verschwunden. Wir blieben zurück. Die anderen sahen zur Seite, während mir lautlos die Tränen über das Gesicht rannen. Die Stille zog den Moment in die Länge. Dann vibrierte Esmes Telefon in ihrer Hand. Jetzt, sagte sie einen Augenblick später. Rosalie stolzierte zur Tür, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Doch Esme berührte im Vorbeigehen meine Wange. Sei vorsichtig. Ihre geflüsterten Worte schwebten im Raum. Nachdem die beiden hinausgegangen waren. Ich hörte, wie mein Transporter donnernd ansprang und das Geräusch sich nach und nach verlor. Wir warteten. Alice's Handy schien an ihrem Ohr zu sein, bevor es überhaupt surrte. Edward sagt, die Frau folgt Esme. Ich hole das Auto. Sie verschwand auf demselben Weg wie Edward. Jasper und ich schauten uns an. Er stand mir gegenüber, immer noch sorgsam auf Abstand bedacht. Du irrst dich, sagte er leise. Was? Stieß ich hervor. Ich weiß, was du gerade fühlst. Und es stimmt nicht. Du bist es wert. Nein, murmelte ich. Wenn Ihnen irgendwas passiert, ist es umsonst. Du irrst dich, wiederholte er und lächelte. Geräuschlos trat Alice zur Tür herein und kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Darf ich? Fragte sie. Du bist die Erste, die um Erlaubnis fragt. Ich lächelte. Mit derselben Leichtigkeit wie Emmett hob sie mich auf ihre dünnen Arme und bat mich schützend an ihrem Körper. Dann flogen wir zur Tür hinaus. Die hellen Lichter blieben hinter uns zurück. Das ist ein Blick. Das ist ein Blick. Das ist ein Blick.